Komm, einmal drücken. Drücken. Drück Sederfüß, ich schließe dich dann. Jeder meiner Moms hat ein Kind gekriegt. Dein Sperma? Klar. Cool, ich liebe Lesben. Toll. Das ist eindeutend. Er ist ihr biologischer Vater und der ganze Mist. So als wären wir nicht genug oder sowas. Eigentlich will ich ihn wiedersehen. Du willst was? Du willst was? Das ist schön, ich freue mich sehr. Hi. Halt dich zurück mit dem Wein, es ist erst nachmittag. In Ordnung. Das gilt aber für deine ewigen Anweisung. Wie seid ihr beide euch begegnet? Ich war Assistenzärztin und Schultz hatte einen Notfall. Meine Zunge war taug. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich entspannen. Meine Zunge hat eins abfunktioniert. Neu. Neu. Oh Gott. Der Plan war, ihn auf Abstand zu halten. Das schafft er nicht. Das schafft er nie im Leben. Er ist nicht ihr Vater, er ist der Samenspender. Ich sehe viel von der Mimik von meinem Kind in deinem Gesicht. Wirklich? Wirklich. Ich habe das Gefühl, er steht mir meine Familie. Ich habe mich so furchtbar weit weg von dir gefühlt zuletzt. Wieso hast du zusammen gespendet? Ja, ich dachte, das macht mehr Spaß, als Blut zu spenden. Hey, ich bereue es nicht. Die Ehe ist schwer. Die Jahre vergehen und plötzlich sieht man den anderen nicht mehr. Cheers auf eine unkonventionelle Familie. Wirklich. 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 Vielen Dank.